recht herzlich willkommen zur neunzigsten folge von simo trans ja noch ein bisschen was zu optimieren schauen wir mal rein hier irgendwo waren die strecken für die lkw mit den getreide hier zum beispiel der wird gerade überholt von einem anderen ok den sollten wir dann ausmustern der ist auch gerade leer da ist er schon weg dann können wir auch ausmustern der falsche knopf das ist der richtige zwei davon die sind auch schon bealtet ok der transportiert noch aber weg geht auch gleich und dann der lädt auch noch oder hat noch geladen so der letzte war auch geladen auch ausmustern so und dann müssen wir schauen wo ist das hier jetzt krabbelt er hier durch die dinge jetzt weiß ich gar nicht mehr das war den ich da hatte gut dass wir das hier noch haben ich weiß wo das ist dann müssen wir mal schauen da ist ein lkw getreide die erste kann man auch nehmen und da haben wir den anhänger welchen lkw denn bitte schön nehmen tatsächlich gut und das war die strecke getreide halexen südostwald 3 halexen südostwald da ist es und vier ich glaube fünf sind alle gut so alle auf der strecke passt hier haben wir noch zwei die da fahren da ist aber schon mal was drauf also der ist schon zum ausmuster unterwegs alles klar so dann haben wir hier noch welche das ist doch jetzt das ist nicht neue wagen die sind auch blau auf der anderen strecke habe ich die doch gerade drauf gemacht oder sind auch schon überfällig oder was oder ist das ein anderer muss wohl so sein ne getreide halexen alter getreideruf getreide halexen alter getreideruf der da ja so die sind unterwegs und die werden ausgemustert ja und der weg drei erfahren der muss noch aus so dann sind da auch die neuesten fahrzeuge drauf kommen gerade noch welche an die sind dann ausgetauscht nächste und da ist noch einer dann läuft auf jeden fall da was haben wir hier für ein der fährt mehl durch die gegend futtermittelfabrik das sind wir alle so neue lkw ist auch nicht alt oder da jetzt gerade was austauschen sehe ich jetzt nicht als sie nicht an sowas austauschen das macht schon mehr sinn so der ist weg so da müssen wir erst mal dahin jetzt haben wir dieses fenster wieder durch die gegend gewirbelt aber jetzt gehen wir erst hoch zur zum betriebshof zum depot und dann machen wir hier zucker auf weizen ist knapp daneben zucker so ach so da wollen wir die noch haben das sind alles fahrzeuge für zucker da ein allinger gibt es auch für ne genau so zucker dürbeln da kommt er doch rein gefahren oder ist das nicht ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht jetzt war da irgendwie eine linie die ich gar nicht haben wollte ich wollte das ganz anders haben nochmal hier oben das ist der im depot genau die waren aber gerste also ist das schon mal die falsche linie das ist auch nicht das versuchen wer fährt denn den zucker jetzt da das sind schiffe lass uns mal das erstmal hier oben ändern dürbeln haben markt da fährt milch und was das hier unten südfrüchte dita tebeln übersee ok das ist auch nicht das ist zuckerdöbeln adenau zuckerdöbeln adenau starten so da ist er dann können wir den jetzt ausmustern wunderbar haben wir den getauscht und die linie können wir löschen über die dahin gekriegt haben weiß ich auch nicht genau ja das sind zwei linien busse aber es gab keine besseren irgendwie wegen das ist auch schon wegen menge kapazität war das nur da gibt es nur den bus jetzt nur diese kunden viel mehr fahren deswegen sind die dann noch drauf welche lkw sind hier aber welche flüssige lebensmittel fahren die das ist dübeln hafenmarkt die fahren milch durch die gegend da 132 dübeln hafenmarkt starten und wird für eine aber hier gibt es keinen anlänger für lasst den weg naja das ist der bessere hier eigentlich und auch tour sind ja so dann können wir die ausmustern und den ausmustern so einer noch drauf und der rest ist dann unterwegs verfolgen wir den mal das war schon zu machen dann das auch so der hält auch die anderen alle auf aber jetzt ist er gleich am markt und dann wird er ausgemustert wo hier ist noch eine kirche hintergekommen war die letzten schon da ich glaube nicht so jetzt ist auch hier alles schwarz gut das hat mal geklärt naja da haben wir wieder die geschichte aber da wohnt sich das futtermittelfabrik fährt er da auch ja die fahren alle jetzt erstmal da war einer mit blau den können wir mal ins depot schicken und der übernimmt das jetzt fährt er hin da ist auch voll beladen nur zwei darauf dass die frage ist die linie mühle markt das war gleich mal gucken wie der hier zahlen schreibt jetzt müssen schwarz werden auf jeden fall sollte funktionieren das einzige reicht da eine oder müssen da zwei darauf was ist das für einer macht immer aus der paletten lkw mehl fahren in der das ist glaube der dem anhänger und mühle markt mühle markt und starten der zweite darauf wunderbar gut ja aber ich würde sagen für die runde soll es auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann ja aber aus